Wir haben auf der Tilly-Sunner-Webcam, schön, sehr haben Sie heute am Vormittag hohe dünne Schleierbewölkung über den Himmel gezogen, hat der Sunnerschi ein bisschen drübt und am Nachmittag und am Abend blieb es bei dem Eindruck, denn es züht eine schwache Front auf uns zu und damit begrüße ich euch zum aktueller Wettering Regionalwetter. Ja, wir haben auf dem Satelliterfilm, schön, sehr haben Sie züht, aber von Frankreich her, vom Atlantik, eine schwache Kaltfront auf Mitteleuropa zu und die sorgt heute in der Nacht noch einmal für Bewölkungszunahme, bevor es davor noch schwache Föhn-Tendenzen gibt und mit der Kaltfront geht sich dann höchstens noch im Bodenseeraum oder im Vorderpräger zur Wald der ein oder andere Regenschauer aus, die Schneefellgrenze liegt so bei etwa 1800 Metern, Temperatur also sehr mild, trotz der Kaltfront, die zerbröselt morgen in der Vormittagsstunde, vereinzelt eben im Norden noch einen kurzen Regenschauer. Untertags beginnt es dann am Freitag immer mehr zum Auflockern, die Sonne zeigt sich dann schon zwischendurch und Temperaturen, die stiegen wieder an, in sehr milder Bereich auf die 12 Grad im Riettal und in 2000 Metern ist es untertags auch über 0 Grad mit der Temperatur. Kommen wir dann auch schon wieder ins Samstag hinein und am Samstag wird ein sehr milder Tag im Ländle, es schaut noch sehr viel Sonnerski aus, so viel können wir jetzt schon sehen und die Temperaturen, die bewegen sich wieder so um die 12 bis 14 Grad im Wallgau oder auch im Riettal und auch der Sonntag bringt erneut sehr, sehr viel Sonnerski, dazu aber auch föhnige Tendenzen und mit dem Föhn können Temperaturen speziell dort, wo richtig Einfahrt im Lüchterstorner Riettal oder auch in den klassischen Hotspots für den Brandner Tal, so auf die 15 Grad anstiegen, zum Teil noch eine stürmische Windböe in den Berg und die Wolken, die zeigen sich ganz vereinzelt und die Nürbelschancen sind recht gering. Ja und aber die kommende Woche innen kann man jetzt schon sagen, da schaut es nach recht stabilem Hochdruckwetter aus, wo am Montag noch föhnig wahrscheinlich leichter Föhneinfluss und dadurch Temperaturen bis zu 16 Grad, also schon richtig frühlingshafte Werte, die ihr euch da erwartet und wahrscheinlich bis zum 28. Februar sollte es über Mitteleuropa trocken bleiben, dafür ist das stabile Hochdruckgebiet da verantwortlich und das sorgt da in der Früh kaum mehr für Frost in der Niederung. Also auch die Tiefstwerte, die sind so knapp über 0 Grad zu erwarten, nur in der höheren Lage wie zum Beispiel Lerch, da dürfte es in der Früh natürlich noch frostige Werte geben. Das schaut jetzt also nach Frühjahrstrend aus, zumindest einmal bis Ende Februar. Die Natur wird uns das zeigen, da dürfen ein paar Frühblüher schon ordentlich in Schwung kommen und alle Schneefans, die man wahrscheinlich warten, bis der März uns besucht. Das war es vom aktuellen Regionalwetter, vom Wetterring. Ich freue mich, wenn ihr unseren YouTube liket und unseren YouTube-Kanal abonniert. Schreibt mir doch unten in die Kommentare, ob euch eher das Frühlingswetter zuseht oder ob ihr euch wieder freut, wenn es Schnee kommt. Mein Name ist Lukas Alton und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ciao miteinander. Ciao miteinander. Ciao rowestruct zum Beispiel. Ciao miteinander. Ja Canada. Ho defendant euch nicht so beginnt. 这 immerhin die Boca und Ratigo Bis dann. Die procedimiento. Bis dann. Ich könnte aber auch mal schrän. Das ist Gl PRO Leute. Bis dann. Bis dann. Bis zum Beispiel. Untertitelung des ZDF, 2020